Dieser Stuhl ist was ganz Besonderes. Eigentlich ein normaler Stuhl, aber in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit mit Tisch für zwei Personen. Dieser Stuhl ist aus hochwertigen Edelstahl gebaut worden. Man kann diesen Stuhl natürlich auch aus Holz, zum Beispiel aus Zickholz bauen. Oder eine Kombination aus Edelstahl und Holz. Alle beweglichen Teile aus Edelstahl und der Rest aus Tickholz. Wenn Sie irgendwelche Fragen zum Produkt haben, melden Sie sich einfach. Wir beantworten jede Nachricht.